Hey hohe Leute und herzlich willkommen zu Lucky Rush mit David. Hallo. Und heute spielen wir mit 64 Rainbow Lucky Blocks. Einfach weil ich die Rainbow Lucky Blocks, die habe ich glaube ich in meinen Videos noch nie richtig angekündigt und so. Die waren einfach plötzlich da und mit denen spielen wir jetzt. Die sind mega nice. Oh, oh, die da will ich töten. Weil die geben doch, oh man, ich töte die, wenn ich ein Schwert habe. Oh, oh, alles klar. Oh, da ist was, da ist was Gutes. Wie komme ich denn da hoch am besten? Warte mal, wir machen das so. Zack, zack. Oh, der wird ja was Tolles, glaube ich. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Das ist nicht so mega toll. Gibt es hier noch was? Hallo? Ich habe hier einfach eine fette Bottle mit Lava. Bottle, Mottel? What the fuck? Was ist das denn hier? Äh, was war, oh, 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 was ist das? Ah, was passiert gerade bei dir? Hero Brian, mach mal Leg 1. Oh, oh, oh. Oh, shit. Ähm, Hero Brian war gerade bei mir am Start. Oh, shit. Kann ich das setzen? Okay. Okay, ja, Hero Brian hat gemeint, da muss man Hallo sagen. Oh, nein, nein, nein. Ich mag das gar nicht, wenn der Hallo sagt. Ja, ich mag auch nicht, wenn Hero Brian Hallo sagt. Leute, mögt ihr Hero Brian? Habt ihr überhaupt Hero Brian schon mal in Minecraft entdeckt? Es gab bei mir mal diese eine legendäre Begegnung, als ich Hero Brian entdeckt hatte. Hä, die können fliegen. Was? Flieg mal runter, bitte. Was machen denn diese? Hallo? Guardian Angels sind das. Die können tatsächlich fliegen, WTF. WTF zweimal das gleiche bekommt. Aber das hier macht mehr Schaden. So, okay. Wow, da kommen die ganzen Erze runter. Also, ich finde die... Ähm, David? Ja? Bei mir ist eine Villager-Kneipe gespawnt. Äh, nicht Kneipe, äh, Schmiede. Yo. Oh, gut. Ich hab schon mal was zum Rüberbauen. Hast du auch Blöcke zum... Oh, nö. Hast du auch Blöcke zum Rüberbauen? Äh, nee, hab ich nicht. Du bist schon drüben, du Penner. Alter, ich hasse dich so. Du rushst immer voll schnell rüber in der letzten Zeit. Ja, klar. Wenn ich Block gehabt, geht's ab. Ich muss... Warte. Ich, äh... Ich muss... Er hat Drip gemacht. Ich muss zurückfliegen. So, ich muss meinen Spawnpoint, den setz ich mal am besten hier. WTF. Slash Spawnpoint. GameMode 0. WTF? Wie viele Chines sind denn da überhaupt? Okay, dann lass ich mir Zeit. Dann soll sich David schon rüberbauen. Ja, was ist das? Was ist das denn jetzt schon wieder? Hallo, geh mal weg hier. Aua. Oh, es war ein Silverfish. Tschüss. Oh, lol. Die Dinger zerstören Bedrock. Gibt's hier was Besonderes? Alter, was ist das hier? Okay, ähm... Alter! Wir mispawnen nur Strukturen gerade. Oh, ne schöne Hose. Unbreakable. Das ist gut, dass es da steht. Oh, viele, viele Schafe. Ich muss eben... Oh, das ist nice. Das gibt mir Stärke. Oh, das ist auch nice. Ich bekomme hier gerade richtig nice Sachen. Oh. Oh, David. Ist bei dir was explodiert? Ja. Was denn? Etwas Großes. Wow. Was ist da drin? Hallo? Kiste? Wollen wir gucken, ob die Wolle noch da ist. Oh, hier ist voll viel Gold drin. Ja. In dieser Kiste. Die Wolle ist noch da. Gold is old. Oh, nice, 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 nice. Das sind diese einen. Don wieder! Wie oft bekomme ich das? Sag bitte. Was Rüstung angeht, habe ich jetzt nicht so den Mega-Shit. Ähm. Du hast gar nichts an Rüstung, oder was? Ich habe nur Bullshit. Ich baue hier einen halben Tower. Oh. Auch Unbreakable. Nice, David. Ich habe tolle Sachen. Ich habe richtig... Wow. Ich habe richtig tolle Sachen. Ich bekomme hier gerade ultra... Gib mir auch bitte tolle Sachen. Oh, oh. Machen wir mal weg hier. Nein. Es darf nicht explodieren. So nicht. Ja. Möchte ich einfach nicht. Ich möchte aber, dass es explodiert. Aber ich nicht. Was? Schon wieder eine Schmiede? Okay, nichts Besonderes. Aber egal. So, dann können wir hier direkt wieder raus... WTF? Wo grabe ich? Oh mein Gott. Es ist einfach zu heftig. Wie viele Strukturen... Jetzt ist hier ein Feld gespawnt. Bei mir geht alles kaputt. Bei mir nicht. Ich habe einfach tausende Strukt... Schon wieder eine Struktur. Lol. Guck mal hier. Oh, nice. Ich habe ein Sprungbrett. Ui. Oh, Basti. Ich habe wieder meinen besten Freund. Wen? Den hier. Warte. Was denn? Den Ender Dragon? Nee, hörst du das nicht? Nein. Es hör mal weg. Lol. Fuck. Fuck. Mach mal weg. Schnell weg. Schnell. Oh. Hab ich doch. Das habe ich. Hörst du das nicht, Basti? Nein. WTF? Ich höre nichts. Ich bekomme gerade richtig hardcore geile Sachen. Äh, warte mal. Nicht. Oh, nice. Hätte ich nur noch... Was ist denn das jetzt wieder für ein Bullshit hier? Ähm. Eine Falle. Alles klar. Es gibt so geile Sachen mit diesen... Scheiße. Ich muss Slash Leg 1 machen. Nein. Oh, mei. Ihr kriegt schon mal die Enderperlen wieder. Ja, dann holt ihr die Enderperlen wieder. Es ging nicht anders. So. Oh, nice. Was brauche ich nicht? Oh, oh. Gucken wir mal. Oh, 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 oh. Holy moly. Hauptsache die Hexe ist weg. Okay. Ich glaube, ich baue mich jetzt auch mal rüber. So Rainbow Boots Na, was? Ohhhh Das scheiß Teil hat nicht aktualisiert Also, naah Mist, weißt du Da ist mir wahrscheinlich eine Fledermaus dazwischen geflogen Deswegen konnte ich den Block nicht setzen Oder so Komm schon, let's go Let's go, Matt's go Let's go, Matt's go Ja, ja, ja Okay Baby, wo bist du? Kommst du schon rüber, oder was? Ich bin schon da, wo ist deine Wolle? Na ja, verarscht, kann ich mich selber Wirklich jetzt? Ich such schon die ganze Zeit deine Wolle Nein, bist du nicht, ich würde dich ja sehen Sicher Ja, ja, klar seh ich dich, wenn Kann gar nichts Jo, ich hab deine Wolle Ernsthaft? Ja! Bist du unsichtbar? Ja Ich hab deine Wolle Ich hab deine Wolle Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, dich irgendwie rüber zu schützen Verarschen kann ich mich selber Warum? Weil die nicht weg jetzt Ja, geil, ne? Ich dachte schon, ich hab den grad richtig vorsichtig rüber Oh, nice Warte mal, wo war denn die Waffe, die ich unbedingt haben wollte? Einmal die da Und einmal das da Das da, das da und das benutze ich auch noch Einfach mal Weil ich Bock hab Nein Fuck Shit David Super Girly Gamer Leggings Was ist das? Empty Orb Damit kannst du nichts machen Damit kannst du wahrscheinlich die ganzen anderen Orbs craften Okay Okay What the fuck Nein Fuck Tschüss Geh doch jetzt Sterben, Mann Hey, was ist das? Verpiss dich mal hier Tschüss Verpiss dich doch Verpiss dich doch Verpiss dich doch Deine Woll ist weg Ja, verpiss dich doch, Mann What the fuck ist das für ein Bullshit, Mann Schei User disconnected from your channel Er rage quittet einfach Oh, Mann, David GG Leute Schaut beim David vorbei Und schreibt bei David Schaut auf jeden Fall bei David vorbei Dem rage quitter Bis dann und tschüss